Hallo Fußballfreunde, oh ja, jetzt geht es weiter mit einem Fußball-Talk Deluxe. Warum sage ich Deluxe? Weil, ich habe keine Ahnung, hier, der Fabi ist da, hallo Fabi. Hallo. Puffy, Bolti. Yo, Deluxe wegen mir. Genau, Deluxe wegen dem Puffy. Ja, er hat Deluxe lang, das stimmt. Ach, kennst du seine Anatomie? So. So, ähm, ich rufe gerade meine Tipps auf. Hallo, hallo. Will ich gar nicht wissen. Glückwunsch zum Sieg, Bolti, mit mir. Glückwunsch zum Sieg, Bolti. Gott, ey. Danke, danke. Du scheinst sehr viel Ahnung vom Fußball zu haben. Du auch. In der Tat. Wie viel da wurde denn der Puffy? Letzter. Oh, Puffy. Das ist ja nicht schlecht. Das ist krass alles gegeben. Ja. So, okay, nein, schauen wir mal. Ich habe die Tipps jetzt offen. Aber wir waren alle nicht sehr glorreich. Aber ihr habt gehört, der Bolti und der Gotti, die waren noch im Rahmen. Hm. Wie viele, sieben Punkte hast du mir gesagt gestern? Im Rahmen. Hallo, wir waren ein bisschen aufgeregt wegen dem Superbowl. Okay. Ich auch. Ne? Ich auch. Du auch. Okay, pass auf. Ähm. Anderes Fachgebiet. Da ist ja schon der, die Superbowl-Talk-Folge von der SID ist ja schon im Kasten, habe ich gehört. Nein, die ist nicht im Kasten, weil SID verrafft hat, den Ton mit aufzunehmen. Och, der Ton ist ja auch. Wer war dabei? Puffy? Balty? Burger? SID? Ich habe sogar gesungen. Da ist. Okay, dann ist gut, dass der Ton nicht dabei war. Da ist Tonnebensache, finde ich. Ähm. Okay. Dann gibt es keine NFL-Football-Talk-Folge. Noch nicht? Wahrscheinlich, mal schauen. Vielleicht kriegen wir morgen noch was hin. Mal gucken. Ja. Oder SID macht alleine was. Das war dann jetzt ihre Alternative. Ja, und das rockt die Dame schon. Müsst doch mal bei der SID auf dem Kanal einfach gucken. Da gibt es auch eine neue Men-Folge jetzt. Ähm. Aber wir machen jetzt Fußball. Pass auf, hier. Köln gegen Dortmund. Das war das wunderschöne, äh, im Free-TV empfangbare, äh, Freitagsspiel. Und, hallo, es war ja wohl ein, ein Fußballfest, möchte ich mal beinahe sagen. Ein Fußballfest. Und, ähm, so viele Dortmunder, mit denen ich dann hinterher noch geredet habe, die gesagt haben, yeah, hier, ne, die Wende. Haben die ein anderes Spiel gesehen? Die Wende, ja, man hat gewonnen, aber ich fand's nicht, Spiel nicht schön. Hallo, man hat beim letzten gewonnen, ja? Ja. Aber man kann ja auch sagen, Batsman returned. Ja, mal gucken, ne? Ich meine, ein Spiel macht noch keine Rückrunde, ja? Ähm, ich meine, wenn du danach gehst, Schürrle ist auch back. Au ja, hat's eiskalt gemacht. Ich hab mir sagen lassen, Schürrle hat ein Bombenspiel gemacht. Ein Bombenspiel, ja. Dick hat ihm da zwei gegeben. Ja. Und, und, äh, zwei ist auch die Zahl, äh, der Tore, die Batshuay, äh, erzielt hat. Also, wie gesagt, ist, ist super, gar keine Frage. Wenn ich jetzt mal so gerade die Noten hier auf, auf dem Kicker tatsächlich durchgehe. Weigl vier, Dahoud vier. Ja. Mhm. Ja. Toll ja nur eine 3,5. Warum hat er falsch gemacht? Ich fand Torjahn stark. Ich fand ihn auch gut. Hat, glaub ich, das erste Tor von Batshuay aufgelegt. Beim zweiten war er, glaub ich, auch nicht ganz unbeteiligt. Ich fand, der hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Eigenartige Note. Kakawa 2,5. Pulisic 4,5. Ja, das war nix. Also, ähm, Halbzeitstand war tatsächlich 0-1 für Dortmund. Durch das erste Tor von Michi. Ähm, dann gab's noch ein weiteres Tor. Das wurde dann aber ja, äh, vom Videoschiedsrichter zurückgenommen. Knapp, aber zurecht. Wenn's Hamburg gewesen wäre, hätte es gezählt. Ähm. Wahrscheinlich. Nee, ich überlege gerade, war's nicht, irgendwie gab's nicht auch vorher eine Szene und deshalb hatten wir uns trotzdem aufgeregt, wo wir, äh, nach dem Videoschiedsrichter riefen, aber er kam nicht. War denn hier wieder eine Elfer-Szene oder so? Äh, vielleicht, ich glaub, bei den roten Karten, ne? Ja, von Dahoud und von Jojic. Was? Die roten Karten von Dahoud und Jojic? Ja, sie sind ja beide mit offener Sohle reingegangen. Ach, nee, ne rote Karte hab ich in dem Spiel nicht gesehen. Oder meintest du das Ding von Heinz Ahn-Battuschal kurz vor der Pause? Ja, klappt, das meinte er. Also ich glaub, ich mein eine Szene auf jeden Fall, ähm, vor der Abseits-Tor-Szene. Und deshalb dachte ich mir, warum, äh, ist da auf einmal der Videoschiedsrichter doch wach? Also irgendeine Szene war auf jeden Fall vorher, ich mein, es war eine Elfer-Szene, ich bin gerade echt am wühlen und am grübeln. Also ich hab jetzt keine Elfer-Szene in dem Spiel auf dem Kopf, nur, nur drei, wo diskutiert wurde, was rote Karten angeht. Okay, die hab ich jetzt nicht im Kopf. Äh, für mich war's keine überharte Partie. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich mein, äh, muss da irgendwie was gegeben haben, wo ich dachte, irgendwie, ja, ne? Wo haben wir denn den Videoschiri? Und dann hinterher, äh, da hab ich doch auch noch geschrieben im WhatsApp irgendwie, Videoschiedsrichter heute? Nicht auf der Arbeit, oder? Weil der müsste ja eigentlich vor Ort sein, ne? Köln? Ähm, egal. Ich, ich, ich krieg's nicht mehr hin, dann weiß ich nicht. Aber für mich war das, äh, in der, äh, Situation dann wohl klarer, äh, müsste auch ein Foulelfeter, also Handelfeter war's auch nicht irgendwie, müsste es tatsächlich ein Foulgewinn sein. Ob's wirklich an, äh, Bud Schuai war, weiß ich gar nicht. Ich hab auch, ich hab echt... War's nicht an Dahoud, als da von der Seite der Spieler reinkommt? Ja, sicher. Das war, glaub ich, Dahoud. Der ist vom, äh, im Strafraum, äh, von der Außenseite in, in, in den Sechzehner gezogen und der Kölner kommt so seitlich und, äh, säbelt der Hut oben am, äh, nur am Oberschenkel um und berührt null Ball. Ja, müsste das gewesen sein. Genau. Ach, dies, okay, okay, aber das war dann recht am Anfang noch. Ja, ja, war auf jeden Fall. Okay, gestern? Ja, das kann sein. Ey, ich war jetzt so fokussiert, kurz vor der Pause. Ja, ja, das war so 15. Minute. Recht früh, ja, ja. Ja, und da blieb der Video-Serie still. Und dann dachte ich, ja, gut, okay, wenn der nicht da ist. Ist ja ein Freitagsspiel. Hätte ja auch nicht vielleicht nicht immer Zeit. Ich hab keine Ahnung. Muss ja vielleicht noch irgendwie auf irgendeiner Toilette koksen. Ähm, nee, aber in der 45. Minute hat er gesagt, halt, stopp! Halt, stopp! Jetzt redet der Fabi. Ja, hat er das, äh, Tor zurückgenommen. Ja, aber zu Recht. Ja, ja, sag ich ja. Ja, aber du kannst halt, das ist halt, das ist halt, das, was deine ersten Halbzeit war, war für mich, äh, Hinrunde, Rückrunde. Halt nur umgedreht. Und, ähm, ja, gab ja an diesem Spieltag auch wieder ein paar Situationen, wo man, sag ich, ich dachte, hä, hä, hä? Was ist da los? Ich hab hier, äh, das Spiel, äh, b-b-b-b, was war's denn? Was war's denn? Ja, DFB-Pokal haben wir ja auch noch gleich im Programm. Aber bei welchem Spiel, wo ich mir dachte, irgendwie, warum... An dem Blauen gegen Bremen? Ähm, Blaue gegen Bremen, hatte ich geguckt, nebenher. Die gelb-rote Karte von Nostasic. Ja, stimmt, dann waren die in Unterzahl und dann, äh, ging's bergab, ne, aber an die Szene, weil... Hätte sein können, weil das kein Fall war von Nostasic, deshalb sein können. Ich glaube, Gladbach-Leipzig, oder? War da nicht auch noch was? Schmecke nicht. Müsse, vielleicht, äh, vielleicht, äh, kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, also, ja, äh, viele Dortmunder, wie gesagt, haben gesagt, yeah, die Wende und, ja, siehste, endlich sah das doch nach Fußball aus, was? Hä? Ich meine, klar, man konnte, äh, also, sagen wir mal so, zusammengefasst für mich, ein Spiel, ab der ersten Minute ein gut anzusehendes Spiel. Ähm, ein grausames Spiel. Weil, äh, beide Mannschaften tatsächlich, hatte ich das Gefühl, mit offenem Visier. Die Kölner haben auch, äh, richtig, ähm, ja, die haben wenig davon gehalten, sich hinten reinzustellen. Wann immer es möglich war, haben sie auch Tempo gespielt. Ist attraktiv, ist gut, kannste machen. Ähm, ja. Ja, kommt dem BVB wahrscheinlich auch tatsächlich eher entgegen, als wenn dann eine Mannschaft sich mit, äh, zwei Fünferketten quasi, äh, aneinandergeschnürt da hinten rein stellt. Aber Köln hatte, hatte definitiv auch Torchancen. Fing da, glaube ich, äh, sogar auch an mit der Riesenchance für Jojic. Mhm, genau. Der zentrale, glaube ich, wo Bürki abgeschlossen hatte, was total, ja gut, aber es ist halt Jojic. Ist ja ein Spieler, äh, den ich gerne nenne, für, äh, äh, Kölner Torungefahr seit Anfang der Saison, ne? Also, er kann Fußball spielen, ja, aber das ist keiner, den du jetzt hier irgendwie als Abschluss vor dem gegnerischen Tor haben möchtest. Und das hat er da auch wieder mal gezeigt. Und, ähm, ja, Dortmund kam zu kontern, die wurden auch wieder ein bisschen schlampig ausgespielt. Wurde in der zweiten Halbzeit noch schlimmer, finde ich. Und dann ist ausgerechnet Herr Schürrle bei dem Gegenangriff, wo ich mir dachte, Alter, jetzt versaut es doch nicht wieder. Ah, jetzt ist das versaut, weil Schürrle muss jetzt abschließen und bumm. Ist das Ding drin, ja. Also, unentschieden wäre wahrscheinlich das gerechtere Ergebnis gewesen. Aber, jetzt, äh, die Wende also, indem man beim letzten, der 13 Punkte hat, äh, der vor der Winterpause noch irgendwie 3 Punkte hatte, da holt man also eiskalt jetzt die 3er Punkte. Geil. Geil. Ich freue mich. Ja. Witzig. Und Gotti ist der Einzige, der auf Sieg Dortmund getippt hat, hier. Fabi. In der Tat. 1-0. Paffi 1-1. Borti 2-1. Und Gotti 0-4. Hey, drei Tore sind immerhin gefallen. Immerhin einer mit Ahnung. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, Dortmund zu 0 zu tippen ist auch anscheinend echt mutig. Definitiv. Sehe ich aber beim Kicker hier schon wieder diese, äh, diese Anzeige. Roman Gürki. Siebenmal weiße Weste. Äh, gut. Harte. Da hat er auch aus den ersten Spielen, ja, ja, ja. In den ersten, in den ersten neun Spielen oder so, ne? War erst, so war das nicht, ne? Nö, er hat ja letztens auch zu 0 gespielt, also, jetzt ja auch nicht hier, ähm, wann war das letztens hier auf dem Trainingsplatz gegen, nein, wann hat er denn letztens nicht gegen, gegen, ging es haben wir auch hier gegen Wolfsburg. Hannover. Rückrunde an Auftakt. Wolfsburg. 0-0. Okay, stimmt. Ähm, weil er hatte nämlich, äh, zum Winter die ganze Zeit sechste Spiel. Aber ja, da wird natürlich einiges, äh, aus, aus den ersten Spielen der Hinrunde übergeliebt sein. Mal gucken, wie lange das noch steht. Ja, will noch einer was zu dem Spiel sagen? Nö, ne? Da haben wir, äh, sind zu viel hier geredet, ne? Du hast ja eine Menge gesagt, jetzt endlich, man hat gewonnen, das, Punkte sind gut, aber halt diese, mit so einem offenen Visier zu spielen, ist halt auch halt eine Gefahr, ne? Also, für Dortmund gewesen, also, Köln kam halt zu Chancen. Was heißt für Dortmund? Dortmund hat sich den Köln dann eingestellt. Ja, man hat sich drauf eingelassen, das ist das Ziel natürlich von Dortmund, weil man ja schon sagen muss, Dortmund hat eine höhere Qualität als Köln, muss jetzt sein, Köln ja irgendwie kontrollieren, ne? Also, die Gefahr vom eigenen Tor fernhalten, selbst torgefährlich sein und so ein offener Schlagabtauschen ist halt immer gefährlich. Ja. Hm. Ja, ist so. Ja. Man hat es gewonnen, hat es gewonnen. Ich finde sogar, man hat es verdient gewonnen. Weil man dann clever war, in den entscheidenden Momenten. Und Köln halt wirklich nur mit ungestümen Mitteln fast agiert hat und Dortmund schon auch ein bisschen mehr Struktur im Spiel hatte als Köln. Sollte aber auch so sein, aufgrund des Kaders. Hm. Sollte. Sollte. Ja, das einzige Positive aus dem Spiel, was ich mitgenommen habe, ist, juhu, endlich geht mal nicht jeder zweite Ball in den Rücken des Mitspielers. Ja. Oder direkt zum Gegner. Gut, mag jetzt auch daran gelegen haben, dass Nuri Schaai nicht gespielt hat. Ja, das bringt schon wieder ein bisschen Stabilität mit. Und, nee, hab mir, also wie gesagt, ich hab, ähm, relativ zeitnah, weiß ich nicht, nach 20, 25 Minuten, hab ich dann im, im, aus der Dortmund-Forum geschrieben, geht's nur mir so, oder ist das ein grausamer, grottiger Kick heute von uns, äh, oder bin ich da einfach zu, ähm, kritisch momentan? Ja. Und da wurde ganz klar gesagt, ja, nee, du bist zu kritisch. Nein, ich meine, ernst. Na ja. Ich hab dann auch aufgezählt, was heute so gut läuft, und ich so, was, wo denn, hä, falscher Sender? Verarscht mich, Eurosport, zeigen die eigentlich verschiedene Spiele, und ich seh das hier? Ich fand's, nee, es ist, nicht einer, äh, saubender Mannschaft, äh, würdig da die Spiele, äh, ist egal, komm, wird ja besser jetzt, ne? Der Bock wurde ja umgeschossen. Ha, das passt hier sogar, meine Presse. Und jetzt spielt man gegen Hamburg, ja, wird besser, total. Aufbau gegen Hamburg, oder was, wann spielt er nicht? Oder haben die den noch geliehen? Nee, nee. Na, also. So, komm, hier, Fabi, brauchen wir gar nicht hören. Nächstes Spiel, äh, Hertha gegen Hoffenheim. Da wird gleich der Fabi, musst du was erzählen. Ähm, eben mal die Ergebnisse, da hat der Bolti tatsächlich mit einem 2-2 hier gepunktet, alle anderen haben, äh, Sieg Hoffenheim gesagt. Die Hoffenheim, ob die nochmal gewinnen diese Saison, ist auch fraglich, ne? Weiß ich nicht, aber das Spiel hätten sie nicht verlieren dürfen. Äh, haben sie ja auch nicht. Naja, haben sie auch nicht. Also die Punkte hätten sie nicht, äh, im, äh, da lassen sollen. Nö. Einer ist deutlich zu wenig. Siehst du das auch so, Fabi? Ja, aber, ähm, was vor allem in diesem Spiel, ja, der Fokus war ja bei der Elfmeter für, auch von einem, wo die im Sky-Studio irgendwie total ausgerastet sind, ähm, weil die ja darauf gebaut haben, dass es eine neue Spielsituation war. Ist ganz witzig, weil so eindeutig war es nicht. Also ich hätte jetzt beide Entscheidungen vertreten können, also warum die jetzt da so auskritisch sind. Aber wenn ich verstanden habe, ich fand es ganz witzig, ähm... Darf ich da kurz reingrätschen? Ja. Halt, mach keine Fehler. Äh, in dem Fall war es kein Fehler, weil in dem Moment, wo, ähm, stark den Ball kontrolliert, entsteht eine neue Spielsituation. Und dann ist die Abseitsstellung von, von Schulz scheißegal. Deshalb war der Elfmeter-Pfiff absolut, absolut korrekt. Ja, er war korrekt. Das wäre Experten, die sind total ausgerastet. Ja, er war korrekt. Ist halt einfach nur für, für, ähm, für stark ungünstig. Er sieht ihn halt gar nicht, ne? Aber regeltechnisch ist es richtig, aber er kommt natürlich aus seinem Rücken, stark kann ihn nicht sehen. Und dann legt er ihn klar um. Ist für mich auch ein klaren Elfmeter gewesen. Also warum man da sich aufregt, ist halt einfach nur, für den Spieler ist es ungünstig. Richtig, aber regeltechnisch komplett richtig. Ich finde das Wort so gut. Sky-Experten. Ja, offiziell sind das Experten. Dr. Markus Merck. Ja, Merck hat keine Ahnung. Das ist nicht erst seit gestern, klar. Merck hat aber momentan auch dieses witzige Hobby, seinen ehemaligen Schiedsrichternkollegen alle in den Rücken zu grätschen, ne? Aber richtig. Immer, oder? Ich glaube, ich glaube, er will so richtig seine alten, ich weiß nicht, ob da was da früher vorgefallen ist in den Sportschulen, wo die dann ihre, vor der Saison ihre Trainingslager gemacht haben, ob sie ihn nicht lieb gehabt haben unter der Dusche oder so. Aber jedenfalls. Oder zu lieb. Oder zu lieb, man weiß es nicht. Aber jedenfalls, der kackt sie alle gerade richtig an. Also eigentlich jede Entscheidung, die er gemacht würde, sagt er, nee, die hätte ich anders gemacht. Ja, nicht jede, aber sehr, 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 sehr häufig, dass er wirklich sagt, nee, das darf er natürlich so nicht pfeifen und das schon seit Monaten. Und ich denke mir immer so, hihihi. Ja, Skys Experte warst du gerade, Fabi. Äh, Experte. Entschuldigung. Ja, offiziell, ähm, natürlich haben die das nicht wirklich gewissen, aber gut, sonst war es ein Spiel, wie eigentlich jedes Hertha-Spiel, scheiße, zum Ansehen. Bitte. Boah, Fabi teilt aus. Sie haben sich noch gerettet mit Kalou, aber schön war das jetzt, wie immer, nicht wirklich. Wenn unten sind die Kommentare, ne? Einfach, ich lass zu den Kommentaren. Wenn der beim ersten Mal noch nicht sichtbar ist oder so, kein Problem. Warte ein paar Minuten oder, ne, je nachdem, wann ich reingucke, ich lass den dann zu. Aber traurigste an dem Spiel für mich war was anderes. Ja. Was denn? Knapp 32.000 Zuschauer in der Riesenschüssel in Berlin sieht natürlich sehr, sehr traurig aus. Das ist immer so. Das ist also, boah, wo die dann mit der Kamera rumgeschwenkt hat, dachte ich, alles klar. Ach, du warst, nee, du warst nicht da, ne? Nee, ich hab's in der ARD gesehen, da haben sie es sogar bei der Sportschau ja dann. Ja, aber witzig finde ich, immer wenn ich bei Meidigls gucke, sehe ich da irgendwelche Hertha-BSC-Berlin-Deals. Ja, logisch. Ja, gegen Frankfurt wurde es ja schon irgendwie so, dass sie da die Karten verschenkt haben oder ich weiß nicht. Ja, die haben ja die 32.000 noch nur geschafft, weil sie wahrscheinlich wieder irgendwelche Karten an irgendwelche Schulklassen oder was auch immer verschenken, ne? Also, oder für einen Euro oder irgendwie sowas. Weil, ach, die kriegt, ja, da kriegt halt dieses Stadion nicht voll. Dieses Stadion ist halt auch wirklich nicht gut fürs Fußballspiel. Ja, aber die spielen auch schrecklich, das kommt ja auch dazu. Ja, aber, boah, nee, dann kommt auch so ein attraktiver Gegner wie Hoffenheim um die Ecke und dann hast du halt 30.000. Ja gut, aber die bringen natürlich auch schon 20.000 Auswärtsfans mit. Ja klar, immer. Die Judenhoffenheimer. Das ganze Dorf ist da. Das ganze Dorf ist da. Ja, die Hertha halt. Ich halte mich da an den Fabi, der da sagt, irgendwie, wenn du scheiße Fußball spielst, da kommt nichts. Ja, ja. Äh, ja, Eitikin haben wir schon gesagt, macht keine Fehler. Und dementsprechend endet das Spiel unter der göttlichen Leitung von Eitikin 1 zu 1. Ja. Halus Kopfball rettet Hertha einen Punkt. Wie alt ist der Kalou eigentlich? Der ist doch auch schon irgendwie 32 oder so ein Scheiß, oder? Ja, ich glaub sogar noch älter. Der war jetzt schon im Herbst, ja. Ich glaub, der ist sogar noch älter. Ich glaub, der ist sogar schon 33. Ja, kann sein. Kalou wird in diesem Jahr 33. Oder auch, also der ist schon... Der riecht vielleicht schon ein bisschen. Ist ja auch schon ein bisschen rumgekommen. Der riecht vielleicht schon ein bisschen? Ein bisschen älter, mein' ich. War er schwarz ist, oder was? Nein, weil er alt ist. Was bist du für ein ekliger Affenzirkus, äh, Rastis? Na, ich hab ihn keinen Bezug genommen auf irgendwelche Farben. Du bist doch älter, oder? Ja gut, ich spiel aber auch keinen Fußball mehr, oder? Ja, aber du gammelst ja dann schon. Ein bisschen schon? Ja, ja. Ist so. Paffi, das alte Gammelfleisch. Ja. Eignet sich maximal noch für den Döner. So. In Berlin genau richtig. Was haben wir getippt? Äh, auch da? Ja, Balti, der Einzige, der... Hä, ne, das haben wir schon gesagt. Entschuldigung. Ja, hattest du schon. Stimmt, alle Sieghoffenheim und du Unentschieden. Ja, ja. Wir haben über Hertha gesprochen. Machen wir direkt weiter. Was, du willst doch über Hertha reden. Ne, ne, war schon viel zu viel. Ja. Kommen wir, ähm, zum nächsten Spiel. Ja, wer hätte das gedacht, ne? 0-0 Freiburg gegen Leverkusen. Ähm. Ähm, erstaunlich. Da waren wir nicht mehr ansatzweise dabei. Balti hat da auf sechs Tore in dem Spiel getippt. Nämlich 2-4. Gotti 0-2, Paffi 1-2, Fabi 1-1. Das heißt, Fabi holt da echt Punkte. Keiner weiß warum. Ich wusste nicht, wer da gewinnen soll. Von daher habe ich von Unentschieden gesuppt. Ja, aber 0-0, hm. Ähm. Ähm. War jetzt aber kein typisches 0-0-Spiel, ne? Ne, also Chancen waren da. Also sowas jetzt nicht. Genau. Die Nullnummern sieht man dann lieber, wenn Berlin oder Wolfsburg spielt. Wobei, wann hat Berlin das letzte Mal 0-0 gespielt? Egal, komm. Irgendeiner wird da schon die Statistiken wälzen. Der Ben am besten. Der ist ja gerade eh in Flamelaune gegen den Fabi. Also eigentlich muss Leverkusen da was mitnehmen, ne? Gut, haben sie doch. Einen Punkt, ja. Aber eigentlich müssen die Pillen-Dreher da mehr mitnehmen. Definitiv. Aber die Freiburger haben, wenn man das Spiel ein bisschen gesehen hat, schon ein bisschen härter gespielt. 20 Fouls. Ich glaube, 6 oder 7 gelbe Karten. Die haben das schon zum Teil ordentlich zugelangt. Es ist ja auch so eine Logikfrage. Hinspiel Freiburg-Dortmund waren, glaube ich, 26 Fouls von Freiburg. Und ich wette, 50% weniger Karten. Das weiß ich nicht mehr. Ist auch mir jetzt erstmal egal. Aber richtig reingewemmst damals. Ich weiß, an das Spiel erinnert mich noch. Aber im Endeffekt hätte Leverkusen ja mehr mitnehmen können, müssen. Ihre Serie von 25 Spielen in Serie, wo sie ein Tor gemacht haben, ist damit auch weg. War, glaube ich, schon Vereinsrekord. Dennoch hätte ich erwartet, dass die Leverkusen nachher gewinnen. Aber Wendell hier mit seinem, lese ich gerade, Versuch des Nachtretens. Vor allem hier, Kicker. Kicker. Wendell hätte für sein versuchtes Nachtreten gegen Kleindienst, 45. plus 1, auch gelb sehen müssen. Nachtreten gibt es gelb. Nachtreten ist gelb. Ich habe die Regeländerung halt nicht mitbekommen. Eigenartig. Wendell ist aber auch so ein bisschen, äh, momentan. Ich nehme das DFB-Pokalspiel mit jetzt einfach mal mit rein. Gerne mal ein bisschen ungehalten, oder? Oder einfach nur unzufrieden manchmal. Ich glaube, er ist halt einfach ein Südamerikaner. Und der hat halt ein Temperament. Und irgendwie... Und wieder der Rassist. Nein! Was für ein Affenzirkus heute, ja. Die sind einfach, ähm, temperamentvoller halt. Und vielleicht... Warum eigentlich Südamerikaner? Warum? Wendell ist doch Brasilianer. Er ist Jamaikaner. Ja. Wenn, Dell ist Brasilianer. Ach so, ich bin bei... Ah, ich bin schon wieder bei Bailey. Bei Bailey. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Ich meinte auch Bailey. Jetzt ergibt das Ganze gar keinen Sinn mehr. Ja. Natürlich. Wendell hätte, äh, Dings funkschen müssen. Und, und Bailey hat im DFB-Pokal. Egal. Ja, ja. Zwei verschiedene Leute. Aber heißt der nicht Wendell Bailey? Das krieg ich nicht mehr gerettet. Nee, komm. Ich möchte auch gar nicht mehr hier... Ich könnte dir eine Ausrede liefern, aber dann kommst du wieder mit der Rassismus-Keule um die Ecke. War alles mal Kolonie. Nee, das nicht, aber es sind halt Bilder dunkel, ne? Kann man mal übersehen, dass es dunkel ist. Kann man auf Distanz nicht so auseinanderhalten. Ja, aber Sky-Experten schaffen es in regelmäßigen Abständen, hellhäutige Spieler mit dunkelhäutigen Spielern zu verwechseln. Oder umgekehrt. Ja. Wo ich dann immer denke, irgendwie damals, äh, Aubameyang hat den Ball, ha, und Castro jetzt. Und ich denke so, was, hä? Hä? Was? War der auf der Sonnenbank? Ja. Beeindruckend. Aber wenn ich an Leverkusen momentan denke, denke ich maximal an den Kollegen Thar. Hat sich jetzt auch geäußert. Ohne was zu äußern. Ähm, ich bin gespannt, ne? Klingt so, immer wieder, wird der Name Thar wieder hervorgewühlt. Bin äußerst gespannt. Und man munkelt, dass Brandt ja eigentlich auch schon in München ist. Bayern, irgendwer in München hat unter der Woche gesagt, dass sie keinen Interess anberend haben. Also, also, ja, ich wollte gar nicht sagen, nee. Aber Thar ist halt, Thar ist halt günstig, ne? Das ist halt, die Qualitäten und das Polizanwasser hat, ist ja günstig. Ja, definitiv. Ach ja, Meier noch, Brandt noch und, äh, Younes ist jetzt auch ein heißer Kandidat. Die werden wohl alle noch in München landen. Und gerade bei letzteren wird's ne Special-Folge dann hier geben. Ähm, komm weiter hier. Geltenkirchen Bremen. Ah, das hat's Spaß gemacht. Ja, hat's. Das war Lustitsch. So, jetzt sitzt der Herr Sellers natürlich gerade, ähm, mit seinem Strickzeug vorm PC, während er die Folge hört. Und denkt sich, Dreh den doch mal mal hier, ne? Dreh den doch mal klar, denkst. Wir konnten da gar nix zu, weil, Nastasic. Nee, weil der, äh, Schiedsritzer hat so viel Nachspiel gegeben, würde ich sagen. So viel was gegeben hat? Nachspielzeit? Ich fange erst mal damit an, dass er, dass er bei dem Spiel ja, äh, mal beide Teams gedacht hat, ohne Torwart heute mal ne Runde. Ja, ja, weil der Torwart mit Flutschfinger. Ja. Ja. Rieser Fehler beim 1-0 von, äh, Konop-Klianca von Havlenka. Ja, beim 1-1 von Fährmann. Ja, beim 2-1, okay. Kann man ihm auch, glaube ich, ein bisschen zuschreiben. Ja, wenn Torwart rauskommt, muss er ihn haben. Ja. War nicht der Tag der Torhüter bei dem Spiel. Nee. Auf der anderen Seite geht der Ball bei 2-1 nicht rein, muss er eigentlich rote Karte und Elfmeter geben. Ja, das ist klar. Und, ohne Diskussion, ja. Und ich weiß nicht mal, Reaktion des Schiedsrichters in der Szene, äh, ich hab ihn nicht mal zucken sehen. Also, ich bin mir gar nicht sicher, ob er da überhaupt was gehüpfen hätte. Ich glaube, er war vielleicht auch ganz glücklich, dass der Ball, äh, reingeht. Ja. Hat ihm die Entscheidung abgenommen. Genau. Ich hab tatsächlich da erst in der Endphase, äh, dieses Spiel eingeschaltet. Und, äh, plumpf, wie läuft das 1-1? Äh, Und dann hab ich mir aber das 2-1 sehen. Das ist der Dortmuterfekt. Ja, ich sollte öfter, äh, zeitig einschalten. Und, ach, was, hab ich mich gefreut. Ähm, ja. Jetzt, jetzt ist schwer, ne? Ist das eigentlich ein Sieg für die Blauen? Pff, nö. Nö, Ferman hat ja gut mitgeholfen. Aber Pavlenka ja auch. Ähm. Aber halt nur einmal. Also, äh, Nastasic, muss nicht gelb-rot runter, oder? Laut Kicker muss er runter. Laut Kicker gibt es so eine Zittlichkeit und gelb. Genau, man, man, man. Also, richtiges, äh, genau. Da gibt's Nachtreten und nur gelb. Mit dem richtigen Maß beim Platzverweis von Nastasic. Aber mit vereinzelten Schwächen bei weiteren persönlichen Strafen. Haha. Ja. Ja. ich hätte ihn nicht runtergeschickt. Ähm. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Okay, weil er ein Blauer ist, hat er eigentlich schon präventiv ne gelbe Karte einfach mal schon mal verdient, bevor das Spiel losgeht. Aber, und weil er dann noch ein Junge ist, ähm, die sind ja sowieso immer so hart. In der Handball-WM geguckt und... Kolasinac. Ja. Genau. Und wie sie nicht alle heißen. Ähm. Ja, Bremen, also wenn man die Statistiken sehen, die haben ja auch halbwegs gut mitgespielt, ne? Also, gut. Ist ja auch egal. Endet 2-1 also für Bremen nach 1-2 Halbzeitstand. Und... Ja. Schade. Ich fand's toll. Nein. Ja, ich hab mich beim 2-1 so gefreut, als fast so gefreut, ähm, als wenn Dortmund gewonnen hätte. Das fand ich richtig... Das hat mich richtig geil gemacht, das 2-1. Okay. Ich hab auch einmal laut jubeln müssen, ja. Also das 1-1 war natürlich... War das ein Freistoß, den er da so blöde, Gürki-mäßig ab... War ein Freistoß. Der war ja noch schlimmer als Gürki, ne? Weil er ja wirklich den Ball nach unten irgendwie ticken lässt oder so, ne? Ja. Und plötzlich war der Ball weg. Und plötzlich war der Ball drin. Naja. So kriegst du ja auch den Ball wieder. Hast ja Anstoß. Also, ähm, was haben wir denn getippt? Ich glaube nicht, dass, äh, ich da in die Richtung... Aber der Puffy, guck mal. Ne, der Puffy nicht. Eine Zeile verrutscht. Doch, der Puffy. Der Bolt hier hat ergebnisrichtig. Er hat nämlich 1-2 gesagt. Und der Puffy hat 0-2 gesagt. Fabi und Gotti haben 2-0 für die Blauen gesagt. Also, auch da, äh, es geht weiter. Tippst, äh, Fabi. Wenn wir weiter auf die Blauen tippen, endet es anständig. Dann müsste er... Na gut, später gegen Bayern nächste Woche... Zieh ich durch. Zieh ich durch. Da werden Goretzkamp-Meyer, also die neue Bayern, richtig zaubern. Schon mal zeigen, was wir können auf der Bank dann. Ja. So schnell, ähm, kommt man übrigens von, äh, 2 auf 5. Ja, ja. Ja. Ist halt eng, ne, da vorne. Ja. Also. Und, und wenn ihr dir echt Mühe gibst, ja gut, Gladbach wird es wahrscheinlich Torfeld, deswegen ist es nicht packen, aber wenn ihr echt Mühe gibst, sind die, die gelten Kirchen da dann nach dem nächsten Spiel, äh, aus den internationalen Plätzen raus. Wieso, nach dem, nach dem 6-0 am Wochenende sind sie noch. Ja, würde für, für Gladbach, äh, um auf Platz 8 zu rutschen, dann immer noch sehr schwer fallen, weil, ich glaube ich, neun Tore Unterschied zwischen, ne, plus 6 und minus 3. Ja, ich weiß. Das, das schaffst du ja erst einen Spieltag danach. Nein, schauen wir mal. So, also, ja, äh, Bremen, äh, gewinnt und wir machen hier die wunderbare, moralisch immer korrekte Mannschaft aus dem Süden. Tipps 0-3. 1-3, 0-3, 1-3. Also. Zweimal Tendenz, zweimal Differenz. Wobei ich nicht weiße. Eigentlich müsstet ihr für das, äh, Tor Mainz einen Abzug bekommen. Weil, äh, ja, nie. Wobei, ja, nie. Ähm, ja, was gibt's da zu sagen? Der Paffi hat's doch bestimmt gesehen, oder? Ja, dein Team. Das doch mit einer Klatschpappe bestimmt vorm Fernseher und das... Absolut. Also, sagen wir mal so, ähm, die Bayern haben gewonnen. Sie haben verdient gewonnen, die haben das Spiel kontrolliert, aber es war teilweise nicht zum, nicht zum Angucken. Also, es war auch durch die Platzverhältnisse bedingt. Es sah nicht schön aus, äh, war nicht unterhaltsam. Wie haben die in Hannover gespielt? Nee. Nee, Mainz hat so einen ähnlichen Acker. Hannover hat einen neuen Rasen verlegt. Ja, klar, ist ja, ist ja, ist ja klar, das Spielding ist ja... Das ist gegen Bayern des Wald. Nee, es war nicht schön anzugucken. Das ist, äh, in den, äh, DFL, äh, Regularien festgehalten. Ende April spielen sie gegen Bayern. Ja, muss ja noch anwachsen, oder was weiß denn ich hier, der Kunstrasen, oder was weiß ich, was die haben, nee. Die haben den richtigen, ne? Ja, das Rollrasen. Naja. Also, wie gesagt, ja, wie gesagt, Bayern haben verdient gewonnen, aber mehr auch nicht. Nein. Fabi? Irgendwas zu sagen? Gut. Bolti? Nur das, ich kann mich nur Paffi anschließen. Ich glaube, das 1-0 von Rivarie war ganz schick. Ich glaube, von da, von 16 Metern den Wolle genommen. Nachher, nach, nach, nach einer Ecke, wo der Ball geklärt wird und fällt ihm raus, ja. Ja, genau. Das war ganz schick. Ich glaube, bis dort hin hatten sie keine Torchance oder so. Das war der erste Torschuss. Also der erste gefährliche Torschuss, ja. Ja, war total ungefährlich. Aber das ist dann typisch Bayern. Ja, da sind sie dann abgewichst genug, um das dann zu nutzen. Und, ja. Das meint dann halt, keine, oder nicht die Qualität nach da zurückzukommen. Steht außer Frage. Sind jetzt ja auch abgerutscht auf Platz 16, meine ich. Ja. Weil Bremen vorbeigezogen ist. Spielen jetzt auch am Wochenende in Hoffenheim, ja. Das Duell der Abrutscher so ein bisschen in den letzten Wochen. Sind gefordert langsam. Aber sie haben ja jetzt Adler wieder im Tor. Das wird ja wieder. Ja. Ich gucke gerade so auf die Tabelle, was sich da so allgemein getan hat. Und Köln verliert schon wieder ordentlich an Grundenboden. Ja, weil Bremen gewonnen hat. Ja. Das tut den weh. Hamburg bleibt aber in Schlagweite. Hamburg holt ja am Wochenende drei Punkte. Von daher. Ja. Machen wir gleich. Noch was da? Nee, brauchen wir nicht mehr. Also gut. Nee, Bayern ist interessant. Kommen wir mal zu einer Mannschaft, die stets, also die für attraktiven Fußball eigentlich bekannt ist. Weltweit bekannt. Wolfsburg hat nämlich gegen den VfB Stuttgart gespielt. Und guck mal hier. 0-2 sagt der Fabi. 0-1 der Puffy. 4-0 der Bolti. Der Goddi hatte 1-0 gesagt. Hat dann aber noch gesagt, nee, komm hier. 1-1. 1-1 durch den neuen Trainer-Effekt wird es 1-1 enden. Und damit hat der Goddi, pass auf, heimlich hat der Goddi nämlich den Halbzeitstand eigentlich richtig und auch das Endergebnis richtig. Und hat damit 36 Punkte auf einen Schlag geholt. Ach. Ja. Leider nein. Doch. Leider nein. Ist es deine Aufnahmen oder meine? Egal. Ich bin Gast. Ich werde dir einfach eine mathematische Formel einblenden, warum der Goddi 56 Punkte auf einmal geholt hat. Sei mal ein guter Gastgeber. Ja. Wie? Hä? Ja. Also, wie gesagt, in dem Spiel krasse 76 Punkte für den Goddi alleine und deshalb, wer hat eigentlich das Tor für Stuttgart erzielt? Mario Gomes. Oh, 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 oh. Ja. Origi, Führung und Gomes den Ausgleich. Hab da, ja, spielte der VfB anders als sonst? Nein, eher sogar noch schlechter fand ich. Also ich fand es generell ein schreckliches Spiel. Das ging jetzt nicht eigentlich um besser oder schlechter, sondern von der Spielweise her. Stuttgart hat nicht so attraktiv gespielt. Die haben mehr versucht, so ein, ja, irgendwie sicher zu stehen, waren versucht, Zweikämpfe zu gewinnen, aber halt nicht, spielerisch haben sie selten irgendwelche Probleme, also versucht nach vorne zu kommen. Also es war mehr so Hauruck. Das Einzige, was bei Wolfsburg auffällig war, das Tor war halt schön, dass Origi macht, das war ein guter Schlenzer. Aber sonst war bei Wolfsburg auch nichts. Also, so Spiele, das man halt sich nicht angucken kann. Genau, eigentlich wie das Bayern-Spiel hier vor. Man muss so sagen, das war grottenschlecht. Ja. Stuttgart hat sich hinten eingemauert. Ja. War fürchterlich. Also wenn das mit Stuttgart so weitergeht, werden wir sie ganz schnell unten finden. Also noch weiter ist es jetzt schon. Ja, man hat, also der Eindruck war halt, man hat komplett die Spielphilosophie oder Spielidee, die man halt in der zweiten Liga hatte und Großteile der Saison hat die komplett über den Haufen geworfen jetzt und spielt jetzt so, ja, keine Ahnung, wie so ein Absteiger, der sich irgendwie retten will. Und das ist scheiße. Erstaunlich, ne? Also, wenn es mal Trainerwechsel gibt, dann sagt man immer, ja, dauert noch, bis man die Handschrift des Trainers sieht. Aber hier, im, äh, wie heißt es, ähm, zerstörerischen Bereich, im eigenen Spielsystem zerstören, sieht man eine Handschrift anscheinend sehr fix. Beeindruckend. Ist ja auch einfach. Das war nur noch Krampf und Kampf, so wie es unter Korkut immer ist. Ja. Ja. Aber wird besser, sagst du, Bolti? Nö. Ja. Du hältst sehr viel von Korkut, glaube ich, ne? Ich halte gar nicht von dem. Ja. Ja, gut, okay. Steven, wenn du sagst, ist, äh... Stell dir einen von uns hin. Ja, egal wen. Bester Namen, ein bester Mann, neben bester Mann. Wie gesagt, kannst du, kannst du jeden aus deiner Community hinstellen, jeden von uns, der macht's besser. Den Sellers auch? Ja, auch wenn er ein Schalker ist. Meinst du? Der wird den ganzen Blauen... Ja, ja. Selbst Fabi macht das besser, obwohl er in der FM überall gefeuert wird. You're fired. Ja, du dich wird ein Spieler mit Kindern bevorzugt, aber sonst... Okay, so, alles klar, ja. Damit ist die Werbefreundlichkeit auch weg. Tipps haben wir durch. Ähm... Sag mal, Fabi, du kannst du mir mal deine Adresse und so schicken zur Absicherung, falls irgendwann die Polizei vorgelegt wird. Also ich sage, ich warte nicht und dann... Hier, das ist der, der immer so ein... Danke. Klappbach-Leipzig. Halbzeitstand 0-0, Endstand 1-1, Torfeld... Äh, 0-1, Entschuldigung. Und Torfeld ist spät. Hab ich doch irgendwie... Ich hab's gesehen. Ich hab's nicht da nicht halt eingepennt oder so bei dem Scheiß. Ich fand das Spiel eigentlich ganz gut. Ja, aber ich... Die Zusammenfassung gesehen. Ich hab die ganze Zeit halt immer nur das 0-0 gesehen. Und irgendwann hab ich dann am Ende gehört, ja, nee, Leipzig hat noch gewonnen, wo ich dachte, ach ja, klar. Er war... 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 Er ist dann aber jetzt wieder hier zurück, leihgabemäßig... Ne, ist der geliehen? Ne, doch, ne? Er ist geliehen. Äh, haben sie ihn aber in die Heimat zurückgeholt. Gott, ich verbreite alternative Fakten. Ja, ich verbreite das, was meine Zuschauer verbreiten. Einige. Fake News. Fake News. Ja. Ja, aber zum Spiel... Ich fand's eigentlich recht ansinnig viele Chancen auf beiden Seiten. Hätte in beide Richtungen kippen können. Ja, auch Gladbach hätte das Ding gewinnen können. Der Schuss war ein bisschen Glück. Leipzig war insgesamt stärker. Leipzig war stärker, aber... Aber Gladbach hat auch genug Chancen, das Spiel zu gewinnen. Herr Lottkicker ist auch Peter Guloschi, Spieler des Spiels. Das wirst du nicht ohne Grund als Pauwart. Ist nicht ganz unverdient, aber es hätte auch anders in die andere Richtung kippen können, definitiv. Und hat Gladbach gemerkt, dass Raphael fehlt, ne? Ja. Die haben ja vorne gespielt mit Stindl und mit Hazard, ne? Ja. Und das hat man halt gesehen, also Raphael ist für sie halt essentiell im Spiel. Wenn der nicht da ist, ist Gladbach wesentlich geschwächt, ja. Leipzig hat Schulden. Ja. Bei Red Bull. Ja, ich wollte es nur nochmal so einwerfen. Aber nur 30 Millionen, glaube ich. Immerhin. Ne, 30 Millionen mehr sind doch jetzt 82 Millionen. Mehr, stimmt. Mehr war die Aussage. Wir holen fast Schalke damit. Hallo? Alles gut. Lange, du weh. Ich wollte einfach nur auch mal was sagen. Ja, ja. Findet das also toll. Genau. Ja. RB hier 1-0 gewonnen. Haben wir die Tipp schon gemacht? Nein, ne? Ich meine nicht, ne. Hier der Dosen-Sympathisant Fabi hat 1-3 getippt. Dann 2-0 Puffy, 3-2 Balti, 1-1 Gotti. Ach, wie ärgerlich. Da war ich auch wieder so knapp, so nah dran und doch vorbei. Knapp bei dem ist auch vorbei. Hier, machen wir weiter. Hier, kein Bock mehr. Augsburg-Frankfurt. 3-0. Ja, wer hätte das denn gedacht? Niemand. Niemand. Wer hätte das denn gedacht? Wie haben wir denn getippt? Fabi hat immerhin nur 1-0 Augsburg getippt. Ansonsten die haben wir 2-1-1, einmal hier Balti 1-2. Aber das ist so schlecht, wenn man fragt, wo du das hätte, als ich nicht gedacht. Hofer dient der Sieg für Augsburg. Ja, 3-mal Finn Boggason. Nee. Gar nicht gespielt hat. Ja, sicherlich nee. Nee? Ja, sicherlich nee. Aber wenn bei Augsburg jemand Tore erzielt, dann war es immer Finn Boggason. Deshalb möchte ich das auch weiter so machen. Okay. Ja. Also, 3-mal Finn Boggason. Der hat mittlerweile jetzt auch schon 43 Saisontore erzielt. Nee, also, ja, nochmal. Wer hätte das denn gedacht? Aber auch verdient, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wer hätte das denn gedacht? Keiner. Außer der komische Fabi. Der denkt ja nicht. Der macht ja die Augen zu und zeigt auf irgendwas oder so. Nee, ich würfel. Hier, Augen zu, einmal drehen und spielt Blinddruck im Keller. Puffy, hättest du das gedacht? Nein. Warum nicht? Weil ich gedacht habe, weil ich nachgedacht habe zu dem Spiel. Aber anscheinend muss man, um die Tipps erfolgreich zu sein, einfach nicht denken. Bist du ein bisschen frustriert? Ja, ein bisschen. Okay. Aber hier steht, Co bestraft biedere Frankfurter bei Fabians Comeback. Ja, dann wissen wir mal, warum der Fabi auf Augsburg getippt hat. Also gemeint ist natürlich Fabian. Hab ich das gut gesagt? Fabian? Er ist ein Mexikaner. Egal, trotzdem. Fabian? Kein Franzose. Die haben alle immer Fabian gesagt. Und deshalb sag ich auch Fabian. Wie wird man denn mexikanisch? Warum heißt man dann Fabians? Weiß ich nicht. Fabian. Weiß man als Mexikaner Marco mit vorne. Das ist ja dein Künstler name, Fabian. Wie heißt du als Afrikaner? Otto oder Rolf Christel? Rolf Christel. Da gibt es einige. Ähm, ja, aber wer hätte das denn gedacht hier 3-0? Junge Junge, oder? Rainer, lass weitermachen. Ja, lass weitermachen. Boah, wir haben so viel Zeit schon wieder vertrödelt. Ja, ja. Aber jetzt diesmal ein bisschen aufgeteilt auf viele Spiele. Hamburg gegen Hannover, auch ein Highlight der Fußballwelt. Das wird in jedem Highlight-Rückblick sein, weil das war so ein Weltklasse-Spiel. Ja, sei ruhig. Also, ich muss schnell machen hier. Halbzeitstand 0-1 noch für Hanoi. Und dann endet es 1-1. Der Gotti ist der Einzige, der unnötig getippt hat. Der hat 0-0 getippt. Ja, wer konnte da denn wissen, dass da tatsächlich zwei Tore in dem Spiel fallen? Wobei, das Kostic-Ding war doch hübsch, oder? Warte mal, das Kostic-Ding... Kommen aus dem Abseits. Ach ja. Du meinst eher den Fernschuss von Fossum. Keine Ahnung, für mich sind die alle gleich. Fossum hört sich an wie O-Possum. Oh, ich wusste, dass er es sei. Ähm... Ja, schwaches Spiel. Sieht, wie es zu erwarten war. Schwegler hatte bei seinem Handspiel Glück, dass der Elfmeter aus... äh, Pfiff ausblieb. Das ist Quatsch. War... Ebenfalls strafschusswürdig war die Szene, als Sané zwar den Ball spielt, dabei aber auch Kostic. Da gab es ja den Videobeweis und der Schützester hat darauf entschieden, kein Elfmeter zu entscheiden. Das ist doch super. Ja. Aber weil das andere Schwegler... Sorry, das ist Käse. Der Ball liegt am Körper an. Schreibt der Kicker hier. Der Kicker ist Experte. Hat bestimmt Markus Merck geschrieben. Ja, sehr gut. Der Kicker hat geschrieben, dass das von Nasastisch eine gelb-rote Karte war. Da muss man nicht immer für alles in die Waag schalten. Willst du deine Ausführung hier zu dem Spiel oder zu der Szene noch vollenden? Wenn nicht, dann machen wir nämlich jetzt hier weiter. Ne, ich habe keinen Bock mehr auf diesen... Ne, wir können weiter, Mann. Das Spiel war scheiße. ...direkt Spieltag. Vor allem mit diesem Drecks-HSV und diesem scheiß Hannoveraner und... Bäh. Alles nur Lumpenvolk da. Bäh. So. Kind muss weg. Kind muss weg. Ja, gut. 50 plus 1 ist ja jetzt erstmal dann jetzt auch nicht gefallen, ne? Ne. Das ist nur noch bei der Zeit. Ja, natürlich. Aber ich habe irgendwie einen Artikel nebenbei irgendwo aufgeschnappt. Die Fußballwelt atmet auf. Ich so, oh, was? Schon wieder? Was? Denn 50 plus 1 bleibt bestehen. Ich so, jajajajaja. Noch. Also er geht da natürlich jetzt durch die Instanzen. Und das ist ja noch schlimmer. Weil dann wird es ja offiziell gekippt. Dann ist es ja... Ja, hat er jetzt der DFL Zeit gegeben, die Regel zu verändern? Ja. Dann tun sie es nicht klagter. Ja, ja. Und dann wird es auch... Dann wird sich Ismaik anschließen? Ja, die Edelmänner der Bundesliga halt. Oder unterste... Genau. Untere Ligen halt. Ja, wird schon schön. Ich freue mich da. Auf jeden Fall halt dieser... Ich weiß gar nicht mehr, wo... Ich habe auch nur die Headline irgendwie mitbekommen. Die Fußball-Bundesliga-Welt atmet auf. Ich so, oh, schon wieder? Jawohl. Ist Leipzig tot? Nein. Die 50 plus 1-Regel bleibt bestehen. Ich sage, hä? Aber Leipzig ist doch da. Wie geht denn das? Ach ja, ist ja die Stadt, die Schulden bei Red Bull hat. Ich vergesse das immer. Ich vergesse das immer. Ich muss einfach mal lernen, das Offensichtliche auszublenden. Dann kann ich auch in so einer Larifari-Einhorn-Welt leben. Ich denke, nein. 50 plus 1 existiert. Und es läuft gut. Reihaba. Da kriegst du auch irgendwie das Kotzen. Reihaba. Das heißt Red Bull. Reihaba. Leipzig. Ist alles sauber. Da läuft alles gut. Hoffenheim. Auch. Alles in Ordnung. 22. Spieltag. Ja. Reihaba. Leipzig gegen Augsburg. Am Freitag. Ich sag mal, Eiskalt 6-0, siebenmal Finn-Bogason. Nein. Pass auf, komm. 1 zu 2. Sag ich tatsächlich. Augsburg kannst du nicht tippen. Augsburg ist auch so ein Zustand. Los, kommt Jungs. 1-0. Idiot. Sprach er und machte sich eine Red Bull auf. Einen Red Bull? Einen Red Bull? Komm, Paffi. Ich sage 2-1. Ja, mach dir jetzt erst Gedanken. Sehr gut. Ja, 2-1. Borti. 2-1. Wunderbar. Oha. Am Samstag. Da ist ja richtig Zunder im Ofen. Dortmund gegen den HSV. Ach du Scheiße. Fabi tippt, ach du Scheiße. Schreib mal auf, Borti. Ach du Scheiße. Und Paffi? 2-0 Dortmund. 2-0? Ja. Ja. Ich tippe 1-2. Ja. Ist ja 3-0. Ach du Scheiße. Scheiße. Ja. Steht schwarz auf, nee blau auf weiß. Ich habe keine Ahnung, was ich da tippen soll. Tipp 4-0 für Dortmund. Das hat er jetzt mal mitgebracht. Ich gehe davon aus, dass Schöle spielen wird. Ja, der hat ein Tor gemacht. War doch der Match. Ja, ja. Haben wir alle hochgelobt. Ich gehe davon aus, dass Schöle auf links spielen wird. Ich dachte, Reus spielt. Reus ist möglicherweise als Joker eingeplant. Ich meine, ich finde das ganz gut. Wenn Dortmund irgendwie, sage ich mal, 3-0 führt. Reus kommt. Läuft zwei Meter und klick. Dann hat es dann auch vielleicht mit den Vertragsverhandlungen oder mit der Vertragsverlängerung ist das auch eigentlich dann vom Tisch. Wobei in Dortmund nicht, ne? Wir haben auch den Bürki hier auch verlängert. Ähm. Hier 2-1 Dortmund. Ich traue mich auch schon. Nein. 2-0. Wer soll denn bei Hamburg Tore schießen? Kostic. Kostic. Son. Der ist nicht da. Wenn Son noch in Hamburg spielen würde, wäre es 7-0 Hamburg. Okay, machen wir weiter. Hoffenheim gegen Mainz. 1-1. 0-0. 2-0 Hoffenheim. Ich sag 0-0. Nachmacher. Woher da auf den Biddingplätzen? Frankfurt Köln. Ja, aber ich hätte nicht das gedacht. Auch ein Spiel, was richtig hübsch werden wird. Ja, ja. 2-1. 0-1. 3-1. 0-2. 1-1. Was? Köln soll zwei Spieltage hintereinander zwei Tore erzielen? Ja, mit Hilfe von. Was haben die eigentlich? Zoller und Zerodde. Was haben die eigentlich am Spieltag davor? Äh, bevor sie gegen Dortmund doppelt getroffen haben, haben die da eigentlich... Ne, da haben sie 1-1 gegen Augsburg. Ähm, ja, haben wir alle durch? Gut. Leverkusen gegen Berlin. 2-0. 3-0. 2-1. Äh, 2-0 hatte Gotti? Yes, Sir. Fabi? 2-1. Paffi? 3-0. Ich sage ein geschmeidiges... 4-1. 4-1. Hannover, Freiburg. 0-0. Echt raffiniert, wie die den Boden verlegt haben, ne? Mein, Freiburg ist eine Mannschaft scheißegal, wie der Boden ist, ob gut oder schlecht, auf Augenhöhe. Raffiniert. Ich gucke mir jetzt mal in den nächsten Wochen immer die Gegner an, die Hannover bekommt. Das sind alles jetzt gerade so scheißegal Gegner. Ich sage 1-2. Dreckige... Was sagst du? 1-2. Freiburg gewinnt? In Hannover? Ich sage 0-1, Freiburg. 1-0. Haben wir alle durch? Ja. Bayern gegen, äh, was ist das? Gelsenkirchen. 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 Gernweiss. 3-0. Ja. Ja. Auch 3-0. Ja. Botti? Ähm... 5-0. Ja. Der Gotti sagt 1-2. Auf geht's, Gelsenkirchen! Macht nochmal die Meisterschaft spannend! Haha. Ah, und ihr könnt es. Also, ihr könnt es. 1-2. Drei Tore Goretzka, sage ich mal. So. Ja, Fabi. Denkt drüber nach. Äh, Stuttgart gegen Gladbach. Darf man in so Spielen eigentlich, äh, äh... Ja. Darf man da Goretzka draufstellen? Oder muss man dann sagen? Interessenskonflikt. Ich meine, Lewandowski hat gegen Bayern auch mal scheiße gespielt, als der Wechsel, ähm, drei Jahre vor Ablauf seines Vertrags, äh, schon eigentlich fix war. Egal. Äh, Stuttgart-Gladbach. Fabi. 0-2. Jawoll. Paffi. 0-1. Jawoll. Bolti. 2-3. Jawoll. Gotti sagt 1-0 Stuttgart. Mäh. 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 Bist du Leipzig-Fan, oder was? Kaukut wird nicht gewinnen. Rada. Ne, aber Stuttgart. So. Bremen gegen Wolfsburg. Äh, Wolfsburg. Entschuldigung. Ich hab Sprachfehler. 2-0. 2-0 ich auch. Ich sag 0-0. Oh, okay. Ich hab 2-1 gesagt. Achso. Hab ich nicht gehört. Ja, kein Ding mehr. Aber du schreibst ja sowieso auf, was du willst. Was? Ja. Du postest uns dann, äh, gleich die Liste, aber du veränderst die ja noch. Ich weiß auch nicht, wie du das machst. Okay, dann sind wir durch. Hab ich schon gesagt, dass, äh, hier, 30 Millionen mehr Verbindlichkeiten, sagt man da eigentlich, äh, übrigens, Barbie, Verbindlichkeiten sind das. Ah, das ist gleich. Ich hab mir sagen, lassen Peppert kein Geld. Können wir DFB-Pokal noch mal ansprechen, oder lassen wir das? Ja, mach DFB-Pokal, komm. Ich hab nix gesehen. Ich auch nicht. Der ist total an mir vorbeigegangen. Ich hab irgendwann mal, ähm, ich weiß gar nicht, in irgendeiner Discord-Gruppe hatten dann welche geschrieben, hier, äh, am Dienstag, äh, Leverkusen-Bremen, überspannend, und dann, äh, hab ich da mal drüber gesappt. Spannend war auch Paderborn gegen Bayern, ne? Na gut, okay. Wenn du schon Freilust bekommst, dann, äh, musst du das auch nutzen. Ähm, bin ja gespannt, wen die Bayern in der nächsten Runde ziehen. Vielleicht Hamburg oder so. Ja, ich weiß, jetzt kommt jemand und sagt, was, Hamburg ist doch gar nicht mehr drin, na und? Ne, du musst... Trotzdem können die Bayern noch Hamburg ziehen! Hä? Ich denke, jetzt kommt Frankfurt am ehesten noch einfach. Ne, die sind ja noch drin. Fabi, du hast den witzig gerafft. Egal. Vollidiot, ja, aber klar, als... Fan. Also Bayern gewinnen 6-0. Fabi, du verbringst zu viel Zeit mit jungen Menschen. Ähm, das Leverkusen-Bremen-Spiel definitiv Highlight dieser Pokalrunde. Absolut, ja. Ja. Da war halt ein bisschen Spannung drin. Falsches konnte man sich angucken. Alle anderen Spiele waren entweder zu einseitig oder hatten mit Fußball nichts zu tun. Ich muss mal eben hier, äh... Es war schon eine kuriose Szene, die sich im DFB-Pokalviertelfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz 05 ereignete. In der neunten Minute flogen unzählige Bonbons aus dem Gästeblock in Richtung Spielfeld. Referee Deniz Aytekin reagierte extrem lässig und erklärte sich tags darauf. Ja, wollen wir gar nicht wissen. Warum? Hatte der Türke Mundgeruch oder was? Ne, der hat sie gegessen. Ja. Also? Naja. Ist ja, ob der Deutscher ist der doch, oder? Ich wollte es natürlich mal wieder hier, äh, überspitzt... Der hat zwei Staatsbürgerschaften bestimmt. Fünf. Fünf. Wenn einer kann, dann Deniz Aytekin. Bester Mann. Äh, ja. Dann, äh, Frankfurt-Mainz. Klare Nummer 3-0. Ja. Ja. Und Gelsenkirchen gegen Wolfsburg. Wobei... Jetzt habe ich ja gerade gesagt, hier, Leverkusen-Bremen war das HL-Spiel. Nein. Nein. Leverkusen gegen Wolfsburg. Wer es nicht gesehen hat, an der Stelle. Ganz klarer Appell. Seht nicht. Egal von welcher Quelle. Da rufe ich jetzt auch mal einfach dazu auf. Ähm, nutzt irgendwelche illegalen Darknet-Videoplattformen. Dieses Spiel müsst ihr euch nochmal live und in voller Länge reinziehen. Nur passt auf, dass ihr dabei nicht einschlaft. Fabi! Hast du gar keine Ahnung. Hört nicht auf die Frage. Das ist nur ein Sicherheits-Einweis. Dieses Spiel war wirklich wow! Ja. Ganz wichtig. Amazing. Begebt euch noch einen Raum ohne irgendwelche scharfen Gegenstände, weil ihr werdet den Drang haben, euch zu schlitzen. Ja, schlitzen und ritzen. Gut. Also, das war der DFB-Pokal. Würdest du da noch irgendwas sagen, Fabi? Nein. Hat sich gelohnt. War super. Naja, aber man muss es ja mal erwähnt haben, ne? Dass zumindest jetzt vier Mannschaften sich bereit erklärt haben, im Halbfinale im DFB-Pokal zu spielen. Ja. Fünf. Gegner von Bayern. Unterhachingen kriegen die, glaube ich. Speziallos. Oder irgendwie sowas. Ja, ja. Da wird schon was eingebaut. Okay. Ja. Ähm. Ja, weil sie, ne, ihr als, als, gleich als Geste. Einfach mal als Geste. Äh, so, so ein Morallos einfach mal einbinden. Einfach sagen, ne, die haben sich da nicht zu Schulden kommen lassen. Das sind Top-Typen da unten. Und deshalb sagen wir, die Bayern bekommen, äh, Rot-Weiß-Essen. Äh, in München. Natürlich. Ja. Und der war, der VAR darf auf Knopfdruck, na gut, das darf er jetzt ja auch schon. Aktiviert werden. Von Pep. Von Pep. Oh. Pep, ne. Der ist wahrscheinlich böse auf Bayern. Oder enttäuscht oder traurig. Ja. Ich warte noch auf den Younes-Deal. Alter, das wird, das ist ja Sondersendung. Live. Livestream Sondersendung. Der kommt doch nicht zu Bayern. Der kommt doch nicht zu Bayern. Sondersendung. Das war bei Kirchhoff auch. Bei vielen anderen. Das ist so ein Kame. Nun ist es Deutscher. Warum nicht? Bayern, äh, machen gerade alles, äh, zu einer deutschen Truppe. Meier. Doretzka ist ja schon fix. Brand. Younes. Alles. Okay. Ich hab auch keinen Bock mehr. Habt ihr noch Bock? Nö. Fabi? Hab ich schon gesagt, hier, Leipzigs Verbindlichkeiten steigen. Das war 2016, ne? Du hattest das am Rande mal erwähnt, ja. Schwer ist ja 2016, übrigens. Ne? Das ist der Jahresabschluss. Wow. Das heißt, für den 17er kannst du nochmal, ne? Haha. Da sollte es höher sein. Ja. Aber ich bin froh, ne? Wenn Red Bull irgendwann mal gar keine Lust mehr hat, wird sich dieser Verein selber tragen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Dann geht auch an alle jetzt gerade mal, ne, so ein Appell. Die sagen immer hier, ich fühl das eigentlich ganz, geht weiterhin. Ich meine, ihr wart noch nie da, aber müsst ihr trotzdem weiterhin gehen. Auch Liga 5, Liga 6, kann sehr attraktiv sein. Ja, frag mal Fabi, wenn Kasse Liga 5 spielt. Genau so ist es. Okay. Wer noch nicht genug Liga 5 hat, äh, mit Siegen spiele ich im Football Manager auch in Liga 5. Oder? Ja. Ja, noch. Noch. Oh, Fabi weiß schon mehr. Ich noch nicht. Ich war Liga 6. Ah. Okidoki, sind wir durch. Danke, war wieder super. Äh, Kommentare gab es irgendwie, ähm, ja, werdet ihr auch die Champions League mit einbauen? Ja, ja, werden wir machen. Machen wir alles. Wir werden dann explizit berichten über Neymar und, äh, Ronaldo und Messi. Ja, wir hatten ja gesagt, Champions League machen wir, sobald da die spannenden Runden kommen. Jetzt kommen wir auch irgendwo nicht mehr drum rum, ne? Ah. Das heißt, ich muss mir jetzt doch die Champions League angucken. Nö. Ok. Nö. Kannst du auch so drüber reden. Lest dir einfach nur den Artikel in der Bild-Zeit und ruhig hast. Kicker, Kicker soll toll sein. Ich mach Kicker. Als Information. Kicker, die wissen Bescheid. Ja. 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 Ist noch viel, vielleicht auch erst nächste Runde Champions League? Mal gucken. Ja, die, 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 die nächste Runde müssen wir noch nicht antun. Danach, würde ich sagen. Macht's mehr. Ja, das ist ein besonderes Spiel. Ja, Real gegen PSG ist schon. Ja. Juve Tottenham, Chelsea Barca, Bayern gegen, äh, Rot-Weiß Oberhausen, ja. Vor allem, wenn Besikt was weiterkommt. Äh. Ja. Ne. Schauen wir mal. Mal gucken. Wenn da irgendwas Auffälliges passiert, nimm es auf jeden Fall mit rein. Und ansonsten wahrscheinlich dann erst in der nächsten Runde. Ist die, äh, Auslosung nächste Runde eigentlich schon in den Champions League gemacht? Ja. Ich seh grad jetzt schon durch. Kicker hat's live und exklusiv. So, jetzt sind wir mal durch. Sag schön tschüss. 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 Holti. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Wolltest du nicht noch, äh, Fly Eagles fly? Nee, ist ja, ist ja Fußball kein Football. Tschüss. Fly Eagles fly. Töne. 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 Vielen Dank.